Deutschlands Bernstein-Spuck-Mekka ist die Bernsteinstadt Rittnitz-Dammgarten zwischen Rostock und Stahlsund und das schon seit dem 19. Jahrhundert. Im Ensemble aus Bernsteinbrunnen an der St. Marienkirche und den Gebäuden des ehemaligen Klarissenklosters finden Sie in der neuen Klosterstraße die ganz spezielle Bernstein-Galerie E. Modern und raffiniert verarbeiteter Bernstein in Kombination mit Silber und ungewöhnlichen anderen Materialien zeigt, wie sehr sich auch junge Liebhaber für diese Schmuckstücke interessieren. Auf den ca. 100 Quadratmetern der Bernstein-Galerie E. bieten nationale und internationale Künstler in halbjährlich wechselnden Ausstellungen ihre Schmuckstücke zum Kauf an. Seit 2002 werden hier moderner Bernsteinschmuck, Dekorations- und Gebrauchsgegenstände vom Collier über Ringe sogar bis hin zur Skulptur oder Schachbrett ganzjährig präsentiert. Eben ein Rohstoff mit vielen Facetten. Speziell wird die Bernstein-Galerie E. auch durch ihre offene Werkstatt gleich nebenan. Vor allem Kinder sind eingeladen, sich vom Bearbeitungsprozess dieses Naturstoffes live ein Bild zu machen. Mit gebrachtem Bernstein können Sie beispielsweise hier in der Werkstatt einen ganz eigenen Glanz verleihen. Gern erwarten wir Sie in der neuen Klosterstraße in Ribnitz-Dammgarten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.